Oh, ich brauche Fasern. Oh, ich hole mal Steine nieder. Also, ich gebe dir jetzt eine Axt. Herstellen, dann noch eine Spitzhacke. Ich glaube, so weit bin ich dann auch. Also, Till? Ja. Wo bist du? Ja. Ist immer gut. Wo bist du? Hier. Ja, ist super. So, also. Für eine Axt brauche ich noch ein paar Ressourcen. Oh, Re. Das ist wieder Saison, ne? Oh, ja. Das ist bald vorbei. Was? Ja, guck mal auf die Jahreszeit, ey. Diese Woche wird Minus 1 grad. Erst Minus 1? So. So. Das ist die Maximaltemperatur 1 grad. Wo bist du? Äh, im Gebüsch. Ich versteck mich. Ich muss kurz auf Toilette. Junge. Was? Was? Du hast auf den Boden geschmissen? Ja. Achso. Oh, Steinmesser. Ich stell dir auch noch eins her. Ja, genau. Hab nämlich keins. Du hast, hast du, du hast, ähm, Helme und so. Rüstung hast du nichts, ne? Ne. Hab ich auch nicht geskillt. Hier hinter dir. Also links von dir. Da. Hinter dir. Da am Boden. Ich sag mal alles auf. Hä? Wo? Stöcke? Da. So. Jetzt hast du's. Ähm. Komm mal hier ran. Komm mal raus, besser gesagt. Sonst ist alles wieder für die Katz. Heizen. Warte mal. Was kann mit Heizen? Hier, Junge. Wärtsambrüsel zu Mehl verarbeiten. Oder direkt in den Kumpel geben. Hallo. Hier, Rüstung. Rüstung auf dem Boden. Dankeschön. So, also. Komm, wir bauen am Wasser. Jo. Und wir brauchen Futter. Kannst du bisschen Holz, gern? Ich brauche ganz, ganz viel Holz. Boah, ich würde gerne. Ich glaube, wir bauen hier, ähm, da. Also hier, wo das Weizen ist. Du meinst, wo das Weizen war? Du hast vergangen... Du musst die Vergangenheitsform anwenden, Patrick. Das ist... Das war mal. Ah. Geteilte EP. Kriegst du auch die ganze Zeit geteilte EP? Nö. Ich krieg. Aber ich sammle ja auch das Ding. Also ich glaube, ich weiß nicht, wo du das Weizen gefunden hast, ne? Also ich sehe hier kein Weizen mehr. Entschuldigung. Okay. Wo, wo hast du hier Weizen? Da war das Weizen, hier. Ja, das ist... Blaue 50 Stroh Gebäudeteile. Das ist jetzt im Inventar. Achtung, Baum fällt. Achtung, Baum ist gefallen. Wir sind tot. Es zeigt mir keinen Plus mehr an und so, ne? Also, ich sehe zwar, dass die XP hochgehen. Aber es zeigt mir keine Info mehr an. Geteilt oder nicht? Aber jetzt eigentlich an. Egal. Ich sehe, wie viel XP ich kriege. Also plus 100 XP durch Baum fällt. Baum fällt? Ja, übelst viele. Mhm. So. Also, deploy. Oh, du musst auch sehen. Dieser Skilltree ist ja unmenschlich, ne? Das Reh ist geflohen. Oh, schwuppdiwupp. Das Reh ist geflohen. Ja, du. Sammle bitte immer auch Fälle ein. Ja, wie denn? Auf dem Boden? Liegen die aber nur die ganze Zeit rum? Also, ne, wenn du Tiere, also wenn ich Tiere töte. Ach so. Joa, du, ich. Stimmt, ne? Futter wäre auch noch was. Ah, warte mal. Da war ja was. Varianten. Ah, man kann Boden mit dem Loch bauen. Boden mit Loch? Ist das ein Kackhaufen oder was? So stabil sieht man das nicht gerade aus hier. Ich bin auch dran. Das muss viel größer sein als letztes Mal, ne? Ja. Viel, viel größer. Weil wir müssen jetzt, äh, drei Punkte scannen. Fasern. Brauche ich. Aber ich hole mir schon Fasern. Aber ich hole mir schon Fasern. Ja. Und was? Oxy. Oxy. Ach so. Ja. O2. Wäre noch irgendwas wichtiges, ne? Okay, ich habe einen Auftrag für dich. Sammle mir alles, äh, Fasern. Ich kümmere mich um Oxy. Dann brauchen wir so schnell wie möglich so eine Oxy-Station. Wie viel Leder hast du? Äh. Leder Null. Ich habe jetzt noch nichts umgebracht. 20. 20 Leder brauchen wir für das. Hier ist ein Wolf. Warum ist hier ein Wolf? Keine Ahnung. Chillt wohl. Sein Leben. Ich habe Gehirnerschütterung oder was? Mein Gehirn ist gedamaged. Ich bin doof. Till, ich brauche deine Hilfe. Wo? Da hinten. Ist gut. Hochgestuft, cool. Erledigt. Warte mal. Kannst du mir dann, äh, Leder geben? Ich habe fast kein Leben mehr. Ich brauche, äh, Dingens. Futter. Ach so. Ähm, yo. Maximal. Ich kann sechs herstellen. Gib die mal her. Ja, ich sitze in der Arbeit, ne? Ey, so ein Verband. Wo habe ich die? Ach, unten im Momentar. Ich steppe. Äh, hier mal drei Stück. Ich brauche leider auch gerade einen. Das bringt so gar nichts, ne? Der Verband. Bin ich gerade doof? Ah, der stopft nur die Blutung. Ach so. Okay. So. Heilt Blutungen und Wunden. Okay, alles klar. Äh, nächstes Dingens. So. Wie viel Leder hast du gekriegt von dem Wolf? Äh, Fälle. Leder, elf. Elf. Gib die mal mir. Ja, auf jeden Fall. Nein. Ach, ich will immer mit Kuh ins Eventar. Immer. Perfekt. Dann nochmal. Jetzt, ich brauche noch, ich brauche noch neun. Ach, hier liegt ja noch ein toter Wolf. Perfekt. So, dieser Stein höre noch aus. Du sagst mir, wenn du, äh, Dingens brauchst, Fleisch. Ja, bitte, gerne sehr. Ja. Ist eigentlich getrocknetes Fleisch länger halt bei diesem Spiel? Glaube schon. Ich denke nämlich auch. Ja, genau, die Steine hier müssen weg. Ähm, Till? Ich brauche Faser, ja. Futter? Du brauchst Fasern. Futtern. Ich, kannst du mir das Fleisch mal geben. Ich hole das Ding dann selbst. Kannst du Lagerfeuer bauen und Fell gebe ich dir ab? Habe ich schon. Habe ich schon. Nicht gebaut, aber im Inventar. Ich habe es gecraftet. Wollte aber grad noch ein Rack bauen, damit ich das Gedingsebumse reinbuddeln kann. Und das Rack hole ich dann auf, äh, die Platten, ne? Die du hier machst. Die Bodendinger. Nice. Es macht ja keinen Sinn, dass ich das Feuer in der Hütte platziere. Also... Meiner Meinung nach. Nein, man kann, äh, später kann man Brennstelle bauen. Oder die Feuerstelle. Kann man die da hinten bauen? Warte mal kurz, ich habe hier einen Hirsch. Hallo! Wo? Junge. Der rennt so übel schnell weg. Der hat gebackt. Darum habe ich ihn so richtig, äh, lieben können. Wo ist er jetzt hingezogen? Egal. Oh, hallo! Der hat mich gehittet. Der Hirsch hat mich total... Wenn du, wenn du dich duckst, äh, dann kannst du dich an den ran schleifen. Ich habe Kakao geerntet. Junge. Kakao. Mohn, ja, bestimmt für Heilung und so, ist sicher gut. So. So, Herstellung. Ich mache... Weißt du, Lootfinger und so, ne? 150, 160, 170, 180, 200 Fasern. Aber... Oh, ja, weißt du, für 20 Böden brauche ich fast 500 Fasern. Habe ich dann gleich zusammen. Ich habe schon 280, 92, 300, 320, 340, 360, ist dann gleich 400. Also, du. Oh, ich sollte mal Rasteknoxy machen, ne? Ja. Ja, ja, das wäre... Von Vorteil. Und wie viel brauchst du? 500, hast du gesagt? Ca. Habe ich zusammen. Ich töte mit dem Pfeil und Bogen Fisch. Joa. Ich habe einen Fisch getötet. Perfekt. Hoher Fisch. Ja, ich will ihn aufhängen. Ich würde ihn nicht einfach an mir geben, wenn ich wieder zurück bin. Heilige Makriele, du mein... Ich habe einen Ars getötet. Nein, getötet. 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 So. Beuten. Oh, der gibt nur rohes Fleisch. Joa. Passt aber. Ich hole noch Oxid. Ich baue Oxid ab, ne? Ist bestimmt nicht schlecht. Ne. Sauerstoff konsumiert. Okay. Ähm. Oh. Leichte Regenschauer. Oh. Oh. Hast du den Unterschlupf schon ein bisschen zusammen? Ne. Überhaupt nicht. Braucht du nur ein Boot? Äh. Noch eine Wand, ne? Äh. Äh. Noch ein... Das kostet alles zu viel. Ich habe ja etwa 900 Fasern. Da kann ich nur ganz klein bauen, ne? So. Warte mal kurz. Äh. Ich bin hier. Willst du das Ding jetzt haben oder nicht, die Fasern? Ich komme gleich. Ich musste... Ich... Das Ding musste ich als wärs zusammenbauen bei mir. Im... Kannst du aufheben oder? Ähm. Perfekt. Ja. No shelter, ne? Ja. Ich kriege... Hä? Schaden. Hm. So. Und jetzt Herstellung. Ja. Jetzt geht's runter. Oh, Gebäudeteile. Ein Stück. Perfekt. So. Jetzt können wir schon mal Truhen hier bauen.